Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode von Life is Strange. Und das Hintergrundbild zeigt diesen wunderbaren, ja, die Düsternis und Beklemmnis und die Verzweiflung, die jetzt auch in der letzten Episode gekommen ist, nachdem es ja in der vierten Episode so eine für mich auf jeden Fall überraschende Wendung gab. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir mal an. Und das ist es. Wir können nicht auf jeden Fall glauben, außer uns zu tun. Du kennst mehr über sie als ich. Nein, du und Chloe glaubst, dass du mehr über sie als jemanden kennenzulernen. Wie alle Kinder. Oh, schau mal, die Wundertwins. Was machst du in meinem Haus? Du bist so fucking tot. Nathan ist wirklich psychotisch. Ich weiß, er hat etwas zu tun mit Rachel missing. Kate war nicht die erste. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? Und das war das Ende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht gar nicht gut aus Polarized Das ist schrecklich 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 Das ist hier auch noch die alte Sofortbildkamera Das ist schrecklich 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 Oh yeah Oh yeah Das ist schrecklich 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 Vielleicht eine neue Dose will calm you down. Oh, no. No. Now, nicht mehr, oder das wird... ...hurt... ...much. Stupid, b***h! Du einfach nicht hörst, hast du? In der Fall, du hast nie gehört viel in meine Klasse. Wenn du, du hast gesehen, du hast gesehen, alles zu kommen. Gott, du bist ein Kampf, aber... Ich habe meine Augen auf dich, und ich habe gesehen, dass du mehr... ...fearless, diese Woche, als vielleicht deine ganze Leben hast. Nein. Remember meine Nummer-one-Rule. Always take the shot. Ach, so... Oh, Jesus. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. So schrecklich. Oh. Okay. Okay. Wow, ich bin definitiv mehr wunderschön in dieser Foto. Ich könnte diesen da hinten versuchen. Was ist denn da hinten? Gut, dann versucht man das Foto. Das könnte funktionieren. Bitte funktionieren.